Hast du schon mal durch eine dicke Milchglascheibe geschaut? Genau so sehe ich die Welt. Du bewirbst dich beim Bayerischen Hof und du willst es verschweigen? Ja. Nur wegen meiner scheiß Augen gebe ich meinen Traum nicht auf. Aber wie soll denn das gehen? Ich werde üben. Dann darf ich Sie bei uns begrüßen. Danke. Herr Kahn, warte. Mein Name ist Fried, ich bin der Personalleiter hier. Entschuldigen Sie. Max Schröder. Unser Termin war vor über einer Stunde. Vollsperrung, ich kam wieder vor und noch zurück. Haben Sie vielleicht im Radio gehört? Ich habe es gehört. Ich schätze Sie als ehrlichen Menschen ein. Ich freue mich, Sie bei uns im Team begrüßen zu können. Danke. Keiner hat was gemerkt, der mir die ganze Zeit gedacht hat, dass ich ganz normal sehen kann. Ich wusste, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Siehst du also, bitte verrate keiner. Das kann ich nicht. Du solltest sie jetzt mal sehen. Links, sechs Stufen. Sorry, sieben Stufen. Dauer. Ich bin übrigens Honey. Hier, Frühstück ist da. Sieht das nicht verführerisch aus? Sehr verführerisch. Wir halten alle durcheinander. Ich kann mir das heute nicht merken. Vielen, vielen Dank. Überhaupt kein Problem. Wo ist er denn? Da, im Sandkasten. Du bist kurz davor, das ganze Kartenhaus, das hier so mühevoll aufgebaut ist, mit dem Arsch wieder einzureißen. Sally, was ist los? Was kann ich sagen? Na, Sally, such mit! Ich kann nichts suchen, ich kann nichts sehen! Das war immer mein Plan. Lassen Sie mich zeigen, dass ich es schaffen kann. No way. Vorsitzende, Pfütze! Ja! Ich werde das träumend nicht aufgeben, auf keinen Fall. Ja!